Hallo, hallo. Heute gibt es ein Tröstelied. Oh je, das tut weh. Das kann man immer mal gebrauchen und ich spiele es jetzt für euch mit C-Dur und G-Dur. Tja, und wer hat sich hier verletzt? Die Ukulele, die hat hier so ein Loch. Oh, ich glaube das tut ja ganz schön weh. Also, mal sehen, was wir da machen können. Oh je, oh je, oh je, das tut der Ukulele weh. Kommt alle her und pustet dann. Und noch ein Pflaster draufkleben? Ja komm. Tja. So, besser. Damit die Ukulele wieder lachen kann. Genau. Genau. Genau.